Da ist jemand, da ist jemand. Ja, ich bin wieder in Hamburg unterwegs und suche einen Spot. Und irgendwie ist heute so ein Muddy Angel Day. Auf jeden Fall laufen hier ganz viele Frauen rum, die mit Schlamm bedeckt sind. Und die eine hat mir auch schon eine kostenlose Umarmung angeboten. Da habe ich aber Duncan abgelehnt. Aber wisst ihr, was das Geilste an der Horner Rennbahn ist? Hier gibt es diese automatischen Rasenmäher. Und da kann man wunderbar mit der Drohne drauf landen und einmal ein kurzes Stück mitfahren. Ziemlich geil auf jeden Fall. Schaut euch den Spot an. Ich glaube, da ist noch was los. Ja, da ist auf jeden Fall noch jemand. Da läuft noch irgendjemand rum. Digga, es ist Sonntag. Was arbeitet ihr nur noch am Sonntag? Hier ist aber noch ein Ding. Aber jetzt kannst du dich an die Monaco machen, ja? Aber wir können wir gerade machen, weil wir gerne haben. Müsstest du die Gäste an die Musik machen? Wunderbar. Ganz toll. Lassen wir so, ne? Ja, natürlich. Nicht so lange drauf immer, das ist immer nur... Genau, das ist wirklich nur kurz, das reicht. Hallo. Guck mal, so eine Brille baut zu Halloween. Hahaha, das ist so geil. Doch, die ist das eine Scheiße. Hier. Kannst du hier Einhorn-Wichse, wurde mir gesagt, heißt das. Bei dir ist jeden Tag Sonntag? Ja, aber irgendwie auch jeden Tag Montag. Beide einfach mit der Sonnenbrille jetzt hier im Fahrstuhl chillen. Und die T-Shirts, Digga. Ja, halt auch. Mr. Muscle Man. Da ist das Water. Yes, es ist hier. Fliegen. Oh, Junge, es ist ganz schön schief auch hier. Das ist genau der Weg, den man gehen sollte. Au, 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 au. Oh, hallo. Raus aus dem 1, quasi halber Metti-Flip-Drehung. Schnitt S durch, also Powerloop raus. Ja, das machst du. Auf jeden Fall. Das ist auch einfach ein leckerer Spotchen, ne? Das ist echt so ein FPV-Spielplatz, ey. Ich war vorhin schon einmal hier. Wir waren auch schon mal von der Woche hier. Aber es ist immer ein bisschen anders, was hier abgeht so. Genau, das Ganze ist ein Zementwerk. Das heißt, hier irgendwie ist wohl Zement. Wird das hier so zusammengemischt? Äh, keine Ahnung davon. Ja, genau. Hier wird's abgefüllt, ne? Genau, da wird's abgefüllt. Kann man da reingucken? Wow! Wow! Oh, das war cool! Hier gibt's halt so einen geilen Rundkurs. Gibt es hier auf jeden Fall. Man kann hier so, zack, lang. Dann kann man hier diese Wege so lang. Da wieder längs. Einmal durch den... Ne, das machen wir nicht. Das war ein bisschen schnell. Durch den Bagger vielleicht nochmal durch. Können wir nachher schelzen. Und hier gibt es auf jeden Fall auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Wie nennt sich das? Tiny Whoop-Stuff? Proximity, keine Ahnung. Dass man hier so ein bisschen chilliger lang fliegen kann. Das gibt's natürlich auch. Also der Spot ist schon echt eine geile Sache hier. Auf jeden Fall. Zack! Und auch was sehr, sehr geiles ist dieser... Warte! Dieser orange Container hier, der steht so auf Stelzen. Da hinten ist zwar so ein scheiß Kabel, was so ein bisschen blöd platziert ist, aber... Ganz theoretischweise könnte man hier auch einen Power Loop machen. Genau so nämlich. Geht natürlich auch noch sauberer, aber das war schon ganz cool. Kannst du auch von der anderen Seite rein und dann unter der Treppe wieder raus. Unter der Treppe? Ja, Mann. Guck dir mal an. Vor dem Container ist eine Treppe. Ja, ich guck mal. Dann kriegst du die andere Seite langsam rein und dann kannst du durch die Treppe so durch. Ah, oh. Alter, das ist aber... Ja, das ist richtig tight. Oh, 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 ja, das ist tight. Richtig tight. Das ist auch geil, hier durch den zu fliegen. Und dann vielleicht nochmal durch das. Also, oh. Ich glaub, so ein bisschen Cinematic-Stuff könnte man hier auch machen. Geiler Spot, ey. Geiler Spot. Das bockt richtig toll, ey. Sauber. phong. Ich част'lich. Bis zum nächsten Mal, verd셈�. Ss mailing kaum,我们 mouse片, um 청skan stickerỏ zuganbrechen, и awake. Im bei der STYLE. Im bei der STYLE. Im bei der STYLE. I'm not going anywhere 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 Musik Das ist ja richtig ungünstig, ohne Scheiß mit meinem Kopf da die Plops drehen. Wie? Die Plops drehen. Was? Oh mein fucking Gott. Soll ich die Ausmaß, die Funke? Oh Digga, das war so dermaßen knapp. Oh shit. Einfach Orbits um das Ding rum machen, beide gleichzeitig. Ja, auf jeden. Stell das mal in die Mitte. Oh shit. Schöne, schöne, schöne. Schöne, schöne, schone, schöne. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.